hallo meine damen und herren haben sie lust über ungelegte eier zu reden nein im ernst ich habe brandaktuelle news zur energie preis pauschale vielleicht geht es ihnen auch so und ihre mandanten fragen danach oder sind selber mandanten haben davon gehört und sind sehr interessiert wie sie als arbeitgeber demnächst die energie preis pauschale an den mann sprich an ihre arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer bringen sollen es gibt dazu jetzt einen nächsten schritt nachdem ja die bundesregierung im koalitionsausschuss am 23 märz beschlossen hat dass es diese energie preis pauschale geben wird gibt es jetzt in der zwischenzeit eine formulierungshilfe das ist so was wie eine sehr frühe phase eines gesetzes entwurf ist und der lässt schon mal so ein paar details erahnen die bisher eben noch spekulation waren und deswegen auch ganz wichtig wir haben heute den 29 april 2022 und das was ich ihnen jetzt zeige ist noch nicht das endgültige gesetz kann sich also im weiteren gesetzgebungsverfahren noch ändern ist aber schon mal mehr als die presse ankündigung vom 24 märz morgens aus dem frühstücksfernsehen und zwar gibt es einen gesetzes entwurf der sich als änderungsgesetz zum einkommensteuergesetz darstellt und wie sollte es anders sein wenn die politik eine energie preis pauschale und das volk bringen möchte dann packt man das ganze einfach ins einkommensteuergesetz dazu sollen im eh schon ziemlich langen einkommensteuergesetz noch ein paar weitere paragrafen 112 bis 122 angefügt werden und die regeln eben inhaltlich die sogenannte energie preis pauschale und zwar ist die energie preis pauschale als einmalige festgesetzte guthabenspauschale für den veranlagungszeitraum 2022 durch das finanzamt festzusetzen und beträgt 300 euro und wer kriegt die nun ja das sollen alle aktiv erwerbstätigen sein die einkünfte nach paragraf 13 15 18 oder 19 einkommensteuergesetz erzielen für die profis unter ihnen übersetzt sich das von selber für alle anderen zuhörer das sind einkünfte aus land und forstwirtschaftlicher tätigkeit gewerbebetrieb selbstständiger also freiberuflicher tätigkeit oder arbeitnehmereinkünfte und das sind eben aktiv erwerbstätige wer definitiv nicht profitieren wird sind die bezieher von passiven einkünften wie kapitaleinkünften und vermietungseinkünften wenn sie daneben keine weiteren aktiven einkünfte beziehen und eben auch nicht pensionäre und rentner dieser anspruch soll entstehen am ersten september 2022 und wird mit der einkommenssteuer veranlagung für den veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt und diese ganzen heckmeck mit das kann man sich von der einkommenssteuer vorauszahlung im dritten quartal selbstständig abziehen aus meiner sicht wenn man jetzt finanziell darauf angewiesen ist ist das eine möglichkeit möglichst schnell an liquidität zu kommen aber unter uns wem das wasser finanziell so bis zum hals steht dass er diese liquidität dringend jetzt braucht der sollte vielleicht einfach beim finanzamt anrufen und eine anpassung der einkommenssteuer vorauszahlungen erbitten dann würde wahrscheinlich schneller zum ziel kommen auf die als auf diese energiepreis pauschale zu warten das heißt aber eben auch wenn sie jetzt nichts machen in den einkommenssteuer vorauszahlen dann wird es ihnen spätestens mit der zwangsweise erfolgenden einkommenssteuer festsetzung für 2022 dann eben gutgeschrieben diese energiepreis pauschale wird auf die festgesetzte einkommenssteuer angerechnet und ob sie das jetzt eben im vorauszahlungsverfahren machen oder ob sie das im wege der endgültigen veranlagung machen das ist nur eine frage wann sie diese 300 euro bekommen wenn sie arbeitnehmer sind erhalten sie diese arbeitnehmer energiepreis pauschale im september durch ihren arbeitgeber ausbezahlt und zwar immer dann wenn sie in einem aktiven gegenwärtig bestehenden ersten dienst verhältnis bestehen und in den lohnsteuer klassen 1 bis 5 eingereiht sind also nicht lohnsteuer klasse 6 die man für ein zweites arbeitsverhältnis bekommt oder als minijobber pauschal besteuerten arbeitslohn beziehen und das ist natürlich schon ziemlicher knaller wenn das die einzige voraussetzung ist dann sollten sie mal überlegen ob sie den ein oder anderen bekannten verwandten demnächst noch als minijobber anstellen und wenn es nur für den ersten september ist dann bringt es nämlich neben dem minijob verdienst auch noch mal 300 euro energiepreis pauschale und wenn sie das nicht glauben warten sie mal ab was ich ihnen gleich in der vorläufigen gesetzes begründung zeige und das ist eben auch so eine nummer die glaube ich erst wenn ich sie im endgültigen gesetz im bundesgesetzblatt veröffentlicht sehe ja die arbeitgeber haben diese energiepreis pauschale im september auszubezahlen und kriegen sie dann vom finanzamt über die lohnsteueranmeldung wieder das wird natürlich ein riesen spaß für diejenigen die eben keine monatlichen lohnsteueranmeldungen abgeben müssen sondern quartalszahler oder jahreszahler sind dann können die nämlich erstmal die lohnsteueranmeldung abfahrten und das bedeutet sie dürfen dann vom september bis zur abgabe der quartals- oder jahreslohnsteueranmeldung diese beträge vorfinanzieren ja das ganze ist wie wäre ich fast darüber hinweg gerutscht weil es mir nicht markiert hatte aber selbstverständlich ist das ganze steuerpflichtig und zwar da hat man einen kniff gewählt wenn sie arbeitnehmer sind ist das ganze als brutto arbeitslohn steuerpflichtig und bei allen übrigen anspruchsberechtigten das heißt den selbstständigen land und forstwirten gewerbetreibenden freiberuflern gilt das nicht etwa als betriebseinnahme wie man das bei der überrückungshilfe und der soforthilfe ja so geregelt hat sondern als sonstiges einkommen und das hat den effekt dass es eben keine betriebseinnahme ist und darüber steuerpflichtig wird sondern als sonstige einkünfte 22 nummer drei zählt und das hat den charme dass sie unabhängig von der höhe des gewerbesteuerhebesetzes auf diese beträge keine gewerbesteuer zahlen und je nachdem nicht in eine überbelastung mit nicht anrechenbarer gewerbesteuer kommen ja ansonsten gelten für die gewährung dieser energiepreispauschale ganz normal die grundsätze der abgabenordnung und der straf- und bußgeldvorschriften und das war es auch schon in dem ganzen dokument ist zum thema sozialversicherung was ja die andere spannende frage ist nicht wirklich was zumindest nicht im gesetzesentwurf gesehen den politischen diskussionen die man aktuell verfolgen kann ist allerdings zu entnehmen dass die davon ausgehen dass es sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden wird meiner meinung nach ist dazu im gesetzgebungsverfahren noch die anpassung der sozialversicherungsentgeltverordnung erforderlich aber wie gesagt das ist auch noch nicht das endgültige gesetzes paket ja wir sind jetzt schon in der gesetzesbegründung dieses vorläufigen entwurfs und da wird eben noch mal in klartext versucht zu erläutern was wir gerade schon anhand des gesetzes textes immer wichtig entwurf uns angeschaut haben nämlich jeder kriegt das ganze nur einmal und wenn sie jetzt zufälligerweise arbeitnehmer sind und nebenher auch noch ein gewerbe betreiben dann gibt es das ganze eben nur einmal und wenn ihr arbeitgeber ihnen das schon ausgezahlt hat dann gibt es vom finanzamt nicht noch mal diese selbstständigen energiepreispauschale und damit das finanzamt das auch weiß dass sie das bekommen haben wird in ihrer lohnsteuerkarte also der elektronischen übermittlung ihrer aktiven arbeitslohne das ganze mit einem kennzeichen e für der hat die energiepreispauschale bekommen übermittelt hier auch noch mal die klarstellung diesen anspruch haben nur aktiv tätige erwerbspersonen auch bundesfreiwilligendienst absolventen und jugendfreiwilligendienst die in einem gegenwärtigen dienstverhältnis stehen aber empfänger von versorgungsbezügen insbesondere beamten die pension beziehen oder rentnerinnen und rentner die sind davon ausgeschlossen ja und wenn ich eben ausschließlich sonstige einkünfte habe was in diesem fall auch den ein oder anderen abgeordneten mit beinhaltet der kriegt das ganze auch nicht ja hier haben wir die spielregeln für den lohnsteuereinbehalt das ganze ist ein sogenannter sonstiger bezug wird mit dem übrigen arbeitslohn durch den arbeitgeber lohnbesteuert nach der ganz normalen progression das heißt sie bekommen eine lohnabrechnung oder müssen eine erstellen als gäbe es quasi 300 euro bonus sonderzahlung für den mitarbeiter und hier auch noch mal die klarstellung was ich sagte da das ganze nicht als betriebseinnahme gilt unterliegt es dann in dieser technischen umsetzung nämlich als sonstige einkünfte 22 nummer drei einkommensteuergesetz auch nicht der gewerbesteuer ja und wenn sie das mit dem mini job bisher nicht glauben wollten schauen sie mal hier was steht was das steht wir sind mittlerweile in den angaben zu den finanziellen auswirkungen und dem erfüllungsaufwand den das für die bürger und die verwaltung bedeutet der erfüllungsaufwand für die wirtschaft ja gut da muss halt der arbeitgeber die ein oder andere lohnabrechnung machen und in der verwaltung unterstellt man dass das ganze ungefähr 30 minuten pro fall zusätzlich in der veranlagung kosten wird naja ganz ehrlich also die automation wird richten das wird wahrscheinlich im schnitt günstiger sein aber die fallzahl ist nicht quantifizierbar weil nicht absehbar ist wie viele kurzfristige beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden da hören sie mal wenn ich so einen anreiz setze nämlich ein mini jobber zu beschäftigen nur um einmal diese 300 euro energiepreis pauschale abzugreifen was natürlich nur sinn macht wenn der mini jobber sonst nicht ohnehin schon arbeitslohn hat oder selbstständige einkünfte da muss ich mich nicht wundern aber ich bin mal gespannt ob die nummer mit dem mini jobber so bleibt das erscheint mir persönlich für diese frühe phase des gesetzes vorhabens noch etwas missbrauchsanfällig da könnte ich mir vorstellen dass sich noch was ändern ja meine damen und herren das ist das was man im moment zur energiepreis pauschale wissen möchte unter uns wenn sie die geduld haben abzuwarten bis das endgültige gesetz verabschiedet ich da muss man es nicht wirklich wissen aber ich bin sicher sie finden das eine oder andere gespräch wo sie um auskunftsfähig zu sein vor sind dass sie das hier gehört haben bis dahin machen sie es gut bis zum nächsten mal tschüss zusammen